Und das zieht sich gerade im Moment stark ins Private zurück. Leute sagen in privaten Dinge und haben immer mehr das Gefühl, dass sie das in der Öffentlichkeit besser nicht sagen sollten. Und das ist auch eine Kastration des öffentlichen Dialoges. Das stimmt. Also Selbstzensur ist definitiv hier in dieser Gesellschaft stark verankert. Wir haben es in den letzten vier Jahren gesehen. Leute, die eigentlich wussten, sie tun was Falsches, haben das weitergemacht, weil sie Angst hatten, was könnte mein Nachbar denken, was könnten meine Familienmitglieder denken oder was könnten irgendwelche Arbeitskollegen denken, wenn ich mich plötzlich kritisch gegen dieses Narrativ stelle, das, was denen da ja in den letzten vier Jahren verkauft wurde. Weil da hat man ja Angst, man könnte irgendwelche weitreichenden Konsequenzen zu spüren bekommen. Und was ich da schon an Sachen gelesen habe, Anweisungen, um das Gendersternchen zu sprechen, durch eine Atempause. Also MitarbeiterInnen. Ich lasse ein Foto machen auf einem Fest mitten in Zürich und dann geht's los. Da muss ich sagen, Mission accomplished. Und dass es so einfach ist, dass es ein Handyfoto braucht, um zu sagen, weiß der Verfassungsschutz, dass mitten in Zürich ein 400-Gäste-Sommerfest stattfindet. Wir reden jetzt über die Cancel-Culture. Ja, das ist für viele da draußen nicht neu. Wir leben ja quasi in einem Cancel-Culture-Land. Ja, und jetzt geht es aber darum, was kann man denn überhaupt noch sagen? Ja, wann wird man denn direkt wieder mal ans schwarze Brett genagelt? Und da gibt es doch sehr gute Diskussionen. Fangen wir mal mit Dieter Nuhr an, der ja Sarah Bosetti mit der Realität konfrontiert hat und daraufhin natürlich wieder mal die üblichen vorgefertigten Antworten bekommen hat von wegen, ja, aber man kann ja sagen, was man möchte. Ja, es ist ja immer wieder dasselbe. Nur weil man dann nicht irgendwo eingesperrt im Gefängnis sitzt, heißt es also, dass es sowas wie eine Cancel-Culture nicht gibt, die die üblichen Antworten, die da raufkommen. Aber es ist nicht nur Dieter Nuhr und ich weiß, was jetzt wieder kommen wird. Es steht jetzt auch bestimmt direkt unter dem Video. Ja, Dieter Nuhr hat genauso mitgemacht, wissen wir alle. Er hat sich auch sehr fragwürdig geäußert in der Zeit der Zeiten. Er ist bei mir auch bei Hashtag, ihr habt mitgemacht, für immer verewigt. Das weiß ich alles. Aber dennoch hat er ja da gar nicht so Unrecht in Bezug auf das, was tatsächlich stattfindet, auch im künstlerischen Bereich, dass Leute einfach wegzensiert werden, wenn sie doch zu unangenehme Fragen stellen oder Antworten liefern, besser gesagt. Wenn sie nicht so auf Linie sind, wie sie von der Regierung gewünscht ist, dann muss man doch relativ schnell damit rechnen, dass Sendungen abgesetzt werden oder dass andere Repressalien folgen. Mehr zu dem Thema sehen wir jetzt, wie Dieter Nuhr auf Sarah Bosetti trifft. Und wir legen los. Dieter Nuhr ist in einem zweistündigen Gespräch auf Sarah Bosetti, dem Gesicht des ÖRR-Gutmenschentums getroffen und es wurde explosiv. Wobei Dieter Nuhr gar nicht viel tun musste. Es hat gereicht, ruhig und sachlich zu bleiben und seine Gesprächspartnerin mit harten Fakten zu konfrontieren, wogegen Sarah Bosetti merklich einfach nicht angekommen ist. Sie versucht es trotzdem immer wieder, und zwar mit einer Argumentationsart, die so haarsträubend wie selbstentlarvend zugleich ist. Einerseits ist bei diesem Aufeinandertreffen Schnappatmung vorprogrammiert, andererseits ist es auch hoch amüsant, das anzuschauen. Ich habe hier die Best-of-Szenen aus dem Gespräch rausgesucht und damit starten wir gleich rein. Willkommen bei Amnas. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist mir erstmal schon sehr wichtig. Ich bin auch bei Harald Matenstein bei der Sache mit der Cancel Culture. Natürlich gibt es Cancel Culture, das ist überhaupt keine Frage. Sie wird nicht auf Bühnen ausgeübt oder da am allerwenigsten, wenn jemand ausgeladen wird, dann ist das auch eine redaktionelle Entscheidung. Das muss man völlig respektieren, das finde ich völlig in Ordnung. Mir geht es darum, dass bestimmte Diskussionen nicht mehr geführt werden können, wenn zum Beispiel an der Goethe-Universität in Frankfurt versucht wird, Veranstaltungen einer Professorin zu verhindern zum Thema Ist das Kopftuch Ausdruck weiblicher Unterdrückung oder völlig ergebnisoffen? Ja, das, was er da gerade gesagt hat, in Bezug auf das quasi Redaktionen bestimmen, Leute per se auszuladen, das findet er in Ordnung. Das finde ich jetzt ein bisschen kurios, die Aussage, aber gut. Gerade das sollte ja in einer angeblichen offenen Demokratie, wo ja Meinungsfreiheit und vor allen Dingen auch reger Meinungsaustausch herrscht, gar nicht stattfinden. Und das, was er ja da gerade angesprochen hatte, das ist ja tatsächlich auch in den letzten vier Jahren passiert. Wir erinnern uns an all die Sondersendungen, die da im Fernseher gelaufen sind. Ob es Maischberger, Malbrit Illner, Markus Lanz und die ganzen anderen Sendungen, die es da so gibt. Es wurden immer wieder dieselben Leute eingeladen. Es wurde keine Gegenseite mal angehört, also die vermeintliche Gegenseite. Damals haben sie ja uns als die falsche Seite bezeichnet. Ja, was ja mittlerweile jeder da draußen gesehen haben sollte, dass wir eben die richtige Seite waren, aber egal. Da wurden ja einfach wirklich nur die Leute eingeladen, die ins Narrativ passten. Man hat keinen Meinungsaustausch gehabt, keinen Meinungsdiskurs, gar nichts. Ja, und da finde ich es dann schon ein bisschen befremdlich, wenn man dann sagt, das finde ich auch okay, wenn die Redaktionen Leute ausladen beziehungsweise gar nicht erst einladen, die eigentlich für eine offene Diskussion wichtig gewesen wären. Das finde ich schon ein bisschen heftig. Aber ansonsten, was er natürlich gesagt hat, klar herrscht hier ein gewisser Meinungskorridor. Und auch wenn es in einer Universität ein Gespräch darüber gibt, ob das Kopftuch ein gewisses Narrativ bedient, dass es natürlich ein Symbol von Unfreiheit ist. Da sollte man auch einfach drüber diskutieren dürfen, ohne dass man da jetzt einen großen Staatsakt draus macht. Ja, ich meine, man kann es ja mit viel sehr sensibel, sage ich mal, diskutieren und auch mit viel Feingefühl. Aber letztendlich sind es alles so Sachen, nein, es darf nicht stattfinden, es wird von vornherein unterbunden. Das schickt sich natürlich nicht für eine angeblich offene Demokratie. Da sollte ja eigentlich alles erlaubt sein, dass man im Rahmen einer Debatte mal über vieles diskutiert, aber im Vorfeld da schon irgendwelche Schlösser vorzusetzen, ist natürlich sehr, sehr fragwürdig. Aber das ist ja das, was es ja angeblich in Deutschland nicht gibt, weil es ist ja angeblich immer nur die Verschwörungstheoretiker, die das sehen und ansprechen. Aber in Wirklichkeit existiert das ja angeblich gar nicht. So wird das immer suggeriert. Aber klar, es findet genauso statt. Völlige Ergebnisse auf eine Diskussion und da wird schon die Fragestellung an sich als Rassismus deklariert und dann wird die Veranstaltung, kann ich stattfinden, dann ist das selbstverständlich Cancel Culture. Cancel Culture gibt es an allen Ecken. Auch natürlich die Forderung, meine Sendung abzusetzen, die ja aller Ort kommt, ist natürlich auch eine Form des Ausdrucks von Cancel Culture, dass man das nicht erträgt, dass jemand eine andere Meinung vorträgt als die eigene oder vielleicht eine andere Haltung zur Wirtschaft und Gesellschaft hat. Und dann, dass ein beliebtes Argument ist, es gibt keine Cancel Culture, weil ich sende ja noch. Und das ist so lustig. Oder Harald Bahnenstein schreibt noch. Und das ist so lustig, dass man sagt, Cancel Culture gibt es nicht, bloß weil sie in vielen Fällen scheitert. Das Scheitern ist kein Beleg dafür, dass es etwas nicht gibt. Absolut. Genau so sehe ich es auch. Das ist, wie gesagt, genau das ich eben gesagt habe. Dieses Argument immer. Ja, aber du sendest doch noch. Und ja, warum? Ihr seid doch noch nicht alle im Knast. Das wird ja uns auch immer unterstellt aus der sogenannten Schwurbler-Bubble, so wie sie uns ja immer genannt haben, wenn wir uns darüber beschwert haben, wie wir zensiert werden. Ja, das habe ich ja am eigenen Leib erfahren. Ach, wie viele Videos wurden von mir in der Vergangenheit zensiert? Ja, da wurde ja sogar zwei Folgen von der Hashtag, ihr habt mitgemacht, auch unter anderem zensiert. Damals mein Tiffany Dover-Video, was YouTube dreimal gesperrt hat. Zweimal mit der Begründung, dass es medizinische Falschinformationen sind. Ich habe immer wieder Einspruch eingelegt, gesagt, nein, es geht hier nicht um medizinische Falschinformationen. Es geht hier darum, dass eine Krankenschwester spurlos verschwunden ist. Geben Sie es wieder frei. Beim dritten Mal war es Cybermobbing. Da war sie denkt, ja, wie Cybermobbing? Ich rede darüber, dass diese Krankenschwester verschwunden ist. Was ist, wie kann das Cybermobbing sein? Auf jeden Fall, da war es dann für immer gesperrt. Und da haben wir uns halt drüber aufgeregt. Da kam ja auch immer von der Gegenseite, kam ja ständig, nein, das ist nicht so. Außerdem, wenn ihr medizinische Falschinformationen verbreitet, dann müsst ihr ja auch mit den Repressalien leben. Ich dachte, wow. Ja, ja, und das ist ja bis heute so. Und es ist schon so, dass man sich da die Frage stellen sollte, wie können das eigentlich die meisten Menschen da draußen nicht leben, dass wir selbstverständlich in einer Cancel Culture leben. Ja, klar. Natürlich gibt es reihenweise Versuche, andere Meinungen abzuwürgen in diesem Land, weil man mit der geistigen Verstörung nicht mehr bereit ist zu leben. Reihenweise Versuche, andere Meinungen abzuwürgen in diesem Land. Und Cancel Culture ist eben das perfekte Instrument dafür, das unter dem Deckmantel der Moralität zu tun. Aber natürlich werden die größten Verfechter und Profiteure dieser Cancel Culture alles daran setzen, die Existenz dieser Kultur abzustreiten. Und genau das tut Sarah Bosetti, die weibliche Jan Böhmermann, hier mit einer Vehemenz, dass einem der Puls schon mal unwillkürlich ansteigen könnte. Der Irrglaube liegt darin, zu glauben, das sei eine Kultur, dass dieser Vorgang besitze irgendeine Macht. Denn du sendest ja noch. Und du sendest, ich möchte das nur noch mal betonen, einmal die Woche im Hauptprogramm der ARD und das gucken, glaube ich, jedes Mal zwei Millionen Leute oder so. Habe ich ja gerade gesagt, dass das Scheitern des Canceln kein Beweis dafür ist, dass es den Versuch nicht gibt. Und ich habe gesagt, ja, doch, ist es. Genau das ist ein Beweis dafür, dass das kein mächtiges Instrument ist. Das sind Leute, die sagen, setz die Sendung ab. Das sind einzelne Leute, die sagen, setz die Sendung ab. Das sind ein paar Leute auf Twitter, die sich aufregen. Das hat keine Macht. Wir haben in Breit... Ja, das sehe ich komplett anders. Das, was Sarah Bosetti da gesagt hat. Ja, in erster Linie sollte man Leuten nicht zu viel Macht zusprechen, nur weil sie da irgendwo auf Social Media rumhetzen, so nenne ich das jetzt mal. Aber es ist leider so, wie oft ist es zu diesem Punkt gekommen, irgendein Promi oder was auch immer hat irgendwas gemacht, angeblich irgendwas moralisch Verwerfliches gemacht. Und dann sind doch alle sofort hingegangen, haben sich auf den gestürzt und dann, ja, du musst dich sofort rechtfertigen dafür und so weiter. Und dann kommt doch eine gewaltige Masse, die doch dann Antworten fordert und so weiter. Das geht doch so weit, dass selbst dann die Mainstream-Medien denjenigen einfach nur kaputt machen wollen. Ja, und dann machen die so lange weiter, bis er irgendwann vor der Kamera steht und sich dazu äußert, was er angeblich getan hat. Und wir reden jetzt hier wirklich von harmlosen Sachen, ja. Ich will nur nochmal an den Fritz Meinecke-Vorfall erinnern, ja, der ja auch massiven Shitstorm damals bekommen hat, obwohl Fritz Meinecke ein bisschen cooler mit der Sache umgegangen ist. Aber letztendlich musste er sich auch äußern. Diese Fahrradtour damals von Fritz Meinecke, wo er da irgendwo durch Rumänien, glaube ich, gefahren ist. Und am Straßenrand stand eine leicht bekleidete Frau, ja. Und er fährt an dieser Frau vorbei und sagt dann nur, Fiki, Fiki, fünf Euro. Das ist das, was er gesagt hat. Das war alles. Und dann ist er losgebrochen. Der Shitstorm des Lebens. Und dann, boah, das kann ja nicht sein, dass Fritz Meinecke sowas tut, sowas sagt. Er sollte sich schämen. Ja, und dann kam es ja dann wirklich von allen Seiten, ja. Und dann wollten die sogar so weit gehen, dass sich Sponsoren von ihm trennen, aufgrund dieser Aussage, ja. Ja, es war wirklich eine harmlose Sache. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, ja, wie moralisch korrekt ist der Witz jetzt. Ja, meine Güte. Natürlich ist da schwarzer Humor hinter. Und das muss man auch nicht gut finden. Man muss es aber auch nicht übertreiben und da direkt die Existenz desjenigen vernichten wollen. Nur weil er diesen Spaß gemacht hat. Weil sie halt so leicht bekleidet da stand und man hätte denken können, dass sie dabei um eine Mätresse handelt, die auf dem Straßenstrich steht. Und das war der Witz dahinter. Und schon sind die Leute wieder explodiert. Dann, da war sie wieder da. Die Cancel-Cars. Das geht doch nicht. Und so weiter. Ey, das ist wirklich Wahnsinn. In jedem Bereich, in unserer Gesellschaft, das Bedürfnis, abweichende Meinungen, die nicht dem moralisch anerkannten Mainstream entsprechend zu canceln. Dass das in der Comedy nicht erfolgreich ist, ist ein anderes Ding. Naja, Moment, Moment. Also erstens ist das, was du jetzt gerade sagst, du bekommst Zuschriften. Das ist natürlich sehr anekdotisch. Das bedeutet ja nicht, dass wir ein strukturelles Problem damit haben. Doch, das würde ich schon sagen. In der Masse der Zuschriften, die ich bekommen habe, würde ich sagen, es handelt sich immer ein strukturelles Problem. Das würde, hast du dir alle nachgeprüft. Also das würde ja dieser Begriff für mich bedeuten, dass das ein strukturelles und mächtiges Problem ist. Und das ist es einfach nicht. Das ist einfach uns. Doch, ich glaube schon, das Soziale. Aber es ist doch hin, das haben wir hier einen Dissens. Einfach zu geil, wieder so zu behaupten, das gäbe es nicht. Beziehungsweise, sie sagt ja nicht, dass sie es sich geben würde. Sie sagt einfach, nein, das ist nicht so. Einfach so das Offensichtliche wieder leugnen. Das ist zu geil. Nein, das ist nicht so. Also da kann man nicht von einem strukturellen Problem reden. Nein, nein. Das geht nicht. Das denkt man sich hier gerade nur aus. Er ist der Meinung, ja. Du, der Meinung, nein? Ja, ich finde, aber ich möchte noch was zu diesem Tribunal-Thema ganz kurz sagen. Ich finde nämlich auch da die Sprache erstaunlich. Wir sprechen jetzt von einem Tribunal. Wir sprechen von sozialem Tod, sozialer Tod. Und im nächsten Atemzug sagst du auch, mir begegnen die Leute eigentlich alle sehr freundlich. Ich habe erfolgreiche Touren. Ich habe meine Sendung mit guter Quote. Wo ist da der soziale Tod? Ja gut, dass ja wohl zu den Auftritten von Dieter nur logischerweise nur Leute kommen, die dem positiv gesinnt sind, ist ja klar. Da wird ja jetzt kein Kritiker sich da das Geld für eine Karte ausgeben, um dann da Rambazamba zu machen im Saal. Da wird er des Saals verwiesen. Da war es, da hat Dieter nur einmal Geld für die Karte bekommen. Und da wird er des Saals verwiesen. Ja, super. Das ist ja, das macht ja auch keiner. Es ist ja klar, dass da nur die Leute hinkommen, die den mögen. Aber abseits dessen heißt es doch nicht, dass das nicht existiert. Was ist das denn? Wo ist da die große Macht des Mainstreams, die dich klein macht? Das sehe ich einfach nicht. Sie kommt nur immer wieder auf den Punkt zurück, dass Dieter nur ja noch senden darf. Wobei er schon 80 Mal gesagt hat davor, dass es eben nicht um ihn geht, sondern um viele andere. Aber Sarah Busetti betet weiterhin einfach ihre Glaubenssätze und Meinungen herunter, aber ohne ein einziges, schlüssiges, stimmiges Gegenargument hervorbringen zu können. Wie bei einem bockigen Kind ist ihre Taktik, einfach alles abzustreiten, was von der Gegenseite kommt. Aber natürlich verhält sie sich so. Denn wer, wenn nicht Leute wie Sie profitieren von der Cancel Culture? Ihr ganzer Humor baut darauf auf, das zu sagen, was im linksgrünen Lager des ÖRR gerade unwoke ist. Und wenn fleißig gecancelt wird, bewirbt das angenehmerweise, dass man sich gar nicht mit anderen Ansichten befassen muss, die das eigene starre Weltbild und damit eventuell sogar das eigene Geschäftsmodell ins Wanken bringen könnten. Aber Dieter nur durchschaut dieses Spiel eben und kontert weiterhin mit harten Fakten. Der Mainstream ist, glaube ich, ziemlich auf meiner Seite, glaube ich schon. Also was immer du als Mainstream bezeichnest. Mainstream ist ja heute ein Hassbegriff. Kurz in Weingeprafen. Ich interpretiere das jetzt mal als bürgerliche Mitte, würde ich das nennen. Was ich weniger abwertend finde, dass ich rede über die sozialen Netzwerke. Da wird versucht, ich habe übrigens den Begriff Tribunal noch nicht reingebracht. Aber es geht darum, dass natürlich in den sozialen Medien massiv versucht wird, einzelne Stimmen zu unterdrücken. Aber unterdrücken ist schon wieder so ein Wort. Ja, natürlich. Welches Wort soll ich denn benutzen dafür? Es geht auch darum, durch Überwältigung den anderen mundtot zu machen. Das ist doch das Prinzip des Shitstorms. Und das unbedachte Wort, dass einfach mal was rausgelassen wird, ohne gleich über Verantwortung, ohne gleich über strukturelle Hintergründe nachzudenken, ist ein für mich unfassbar wichtiger Teil der persönlichen Freiheit. Und das zieht sich gerade im Moment stark ins Private zurück. Leute sagen in privaten Dinge und haben immer mehr das Gefühl, dass sie das in der Öffentlichkeit besser nicht sagen sollten. Und das ist auch eine Kastration des öffentlichen Dialoges. Ja, sehr gut, was er gerade gesagt hat, dass man Sachen besser jetzt nicht sagen sollte. Diese Selbstzensur, die Dieter Nuhr da gerade anspricht, exakt so sieht es nämlich aus. Das ist mittlerweile so weit verbreitet, dass Leute dann lieber nichts sagen, was sie eigentlich normalerweise stört, weil sie Angst haben, sie könnten von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, weil diese Meinung halt nicht zu dem passt, was gerade gesellschaftlich halt, ich nenne es jetzt mal angesagt ist. Ja, das stimmt. Also Selbstzensur ist definitiv hier in dieser Gesellschaft stark verankert. Wir haben es in den letzten vier Jahren gesehen, Leute, die eigentlich wussten, sie tun was Falsches, haben das weitergemacht, weil sie Angst hatten, was könnte mein Nachbar denken, was könnten meine Familienmitglieder denken oder was könnten irgendwelche Arbeitskollegen denken, wenn ich mich plötzlich kritisch gegen dieses Narrativ stelle, das, was denen da ja in den letzten vier Jahren verkauft wurde. Weil da hat man ja Angst, man könnte irgendwelche weitreichenden Konsequenzen zu spüren bekommen. Und da haben die sich dann lieber runtergeduckt, haben dann in den eigenen vier Wänden, haben sie dann gezetert und geplärrt. Ja, aber im Endeffekt danach, wenn sie dann wieder unter den Leuten waren, dann haben sie hier Mund zugemacht und dann haben sie vielleicht sogar noch so ein bisschen mitgeredet, damit sie weiter beliebt bleiben. Das ist hart, aber so ist die Realität. Dass ich die Wortwahl Angst und Kastration wieder sehr nah an Täter-Opfer-Umkehr finde. Also Angst ist so, wer Angst hat, wird bedroht und bedroht werden wir eben nicht von denjenigen, die wirklich kritisieren. Ich halte Angst für das absolut richtige Wort. Das ist das, was umgeht in den Menschen. Die Angst, sich öffentlich zu äußern. Da gibt es tausend Statistiken und Studien darüber, die sagen, dass sich ganz viele Menschen in der Öffentlichkeit nicht mehr trauen zu sagen, was sie denken, weil sie Angst haben vor Konsequenzen, vor Erniedrigung oder vor, das hat nichts mit Täter-Opfer-Umkehr zu tun. Ich habe überhaupt keinen Täter und keinen Opfer genannt. Es geht darum, dass die meisten Menschen so empfinden und darüber haben wir eben gesprochen. Ja, ich wollte nur einmal noch betonen, dass die Wahl deiner Worte, glaube ich, kein Zufall ist und dass die durchaus ankommt, weil ich finde, die, sagen wir mal, sehr, sehr bildlich. Und was ich jetzt, ich meine, alle, die jetzt hier an der, die gerade noch beteiligt sind, machen das länger als ich. Was ich heraushöre ist, Satire zu machen, ist schwieriger geworden. Und ich finde das ehrlich gesagt großartig, weil das bedeutet ja nur, dass wir höheren Ansprüchen gerecht werden müssen und uns vielleicht einfach mehr Mühe geben sollten. Das ist nicht deren Ernst, was die da gerade erzählt. Ja, aber man muss sich jetzt mehr anstrengen, damit Satire jetzt irgendwie fruchtet. Das ist ja eben gar nicht, das stimmt doch erstens gar nicht und zweitens ist das gar nicht Teil des Themas gerade, sondern Dieter hat doch nur versucht eben zu erklären, dass auch Satire schwerer geworden ist zu machen, weil es einem dann direkt wieder falsch ausgelegt wird. So, ja, und da sind wir wieder beim Stichwort der Cancel Culture angekommen und sie kommt einfach mit, ja, da muss man sich mehr anstrengen. Ja, super. Oh, wir müssen höheren Ansprüchen gerecht werden, verkündet sie hier großspurig. Sagt dieselbe Frau, die kurze Zeit nach dem Interview das gesagt hat. Aber ich beginne mich langsam zu fragen, ob die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes ist. Also Moralappelle von jemandem wie Sarah Bosetti entgegenzunehmen ist ähnlich glaubwürdig wie Tipps zum effizienten Wirtschaften von Robert Habeck. Es ist mittlerweile fast drei Jahre her, seitdem Sarah Bosetti und Dieter Nguyen im Gespräch aufeinander getroffen sind und es ist nicht unbedingt beruhigend, dass die Cancel Culture nach wie vor unverändert existiert. Nur, dass sich manche Themen einfach verschoben haben. Denken wir an Ulrike Garou und viele andere Professoren. Denken wir an Viktor Orban jetzt im EU-Parlament. Oder an die AfD bei der Berlinale, beim Fußball oder überhaupt im Bundestag. Denken wir an Brandmauern in diesem Parlament und in der EU und an Nancy Faesers Kampf gegen alles, was rechts von Merkel ist. Cancel Culture existiert nicht nur, sie wird auch von den höchsten Vertretern dieses Landes auf eine Art praktiziert, über die man sich echt Gedanken machen sollte. Ja, genau so sieht es aus. Aber das ist ja noch nicht alles. Es geht ja hier nicht nur um die Cancel Culture bei unbeliebten Meinungen an sich, sondern es geht ja auch darum, dass unsere Sprache immer mehr zersetzt werden soll. Das ist nur meine persönliche Meinung. Man versucht uns quasi schon fast mit der Brechstange dazu zu zwingen, doch endlich mal etwas Sprachfrisierung endlich zu akzeptieren. Und da wären wir dann auch wieder beim geilen Gendern angekommen. Ja, Sternchen innen und so weiter und so fort. Wir sollten uns dem doch endlich mal öffnen. Und sie versuchen da ja mit allen Mitteln, den Menschen da draußen quasi das so als ultimativ hip und cool zu verkaufen. Und da gab es auch eine wirklich lustige Sache. Und zwar ist Jürgen von der Lippe genau in so eine Sendung reingeraten. Ja, und man kann sich natürlich vorstellen, Jürgen von der Lippe, der absolut vom alten Schlag ist, der sich ja auch köstlich in seinen Shows immer wieder darüber amüsiert, wenn man ihn natürlich einlädt. Dass der kein Freund des Genderns ist, das hätte man eigentlich voraussehen können. Und dann passierte natürlich genau das, was passieren sollte. Jürgen von der Lippe sagt dann das, was es eigentlich zu sagen gibt. Ja, und auch da war dann bereits wieder der Shitstorm vorprogrammiert. Und man hat ihn als ewig gestrigen alten Mann bezeichnet. Ja, der ja nur ewig gestrig in der Vergangenheit lebt. Und das schauen wir uns auch jetzt mal an. Sehr lustig. Jürgen ist da total einverstanden. Nein, bin ich nicht. Der Arztberuf, da kommt doch niemand auf die Idee, dass da Frauen nicht mit gemeint sind. Auch. Also das ist eine Funktion. Das ist eine Funktion. Wie wollen wir denn korrekt angesprochen werden? Liebe Mitarbeiter, liebe Kollegen. MitarbeiterInnen, ich finde ja dieses sehr angegriffene MitarbeiterInnen mit diesem Glottisschlag finde ich eigentlich sehr klug. Ich habe mir das lange überlegt, das geht ja schwer über die Lippe und es kommt ein bisschen penetrant vor, wenn man es immer hört. Aber ich finde das eigentlich eine kluge Art, beide Geschlechter vorkommen zu lassen. Es will ja keiner, dass ein Geschlecht nicht mehr vorkommt. Dann würde ich auch sagen, bist du wahrscheinlich mit im Boot oder nicht? Doch, doch, doch. Der Jürgen ist da total einverstanden. Nein. Der findet das total gut. Nein. Wirklich, man traut sich manchmal echt nicht mehr darüber nachzudenken. Ich will es nur nochmal sagen. Ich weiß, dieser Witz ist mittlerweile auch voll ausgelutscht, aber man kann ihn an der Stelle immer nur nochmal bringen. Früher haben sich die Leute so gedacht, da irgendwann im Jahre 2000 werden wir mit fliegenden Autos durch die Gegend fliegen. Mittlerweile haben wir vielleicht schon das Beamen erforscht. Wir sind technisch ganz weit vorangeschritten. Und dann so einfach im Jahre 24 oder auch noch davor logischerweise 2020, 21, 22, 23 redet man einfach darüber, ob man dann statt Mitarbeiter, MitarbeiterInnen sagt. Geil fand ich auch, dass sogar Krankenschwester gegendert werden soll. Ist jetzt kein Scherz. KrankenschwesterInnen. Lisa Petry ist seit kurzem Brandmeisterin. Ausbildung hat sie ehrenamtlich neben ihrem eigentlichen Job gemacht und der ist nun wirklich ausfüllend Intensivkrankenschwesterin. Und man so denkt, what? Äh, der Krankenschwester ist die weibliche Form. Warum soll ich da noch innen dran machen? KrankenschwesterInnen. Diese Menschen sind so dermaßen. Also weiß ich auch nicht, was die gesoffen haben. Das ist wirklich unglaublich. Ich lehne es ab, nur weil, äh, weil wir jetzt Gender-Beauftragte und auch 99 Lehrstühle haben, das generische Maskulinum, was wir seit mehreren hundert Jahren in allen Sprachlehrbüchern haben, was auch einen Sinn hat, ähm, dass wir das jetzt verleugnen und einfach sagen, das gibt es nicht. Entschuldigung, ihr seid ja hier die Germanisten, ne, und Sprachwissenschaftler. Da könnte mir jemand mal das generische Maskulinum erklären, also dass der männliche... Also es ist auch geil, dass sie das nicht weiß. Ja, die sitzt da in der Sendung, scheinbar hat so eine Art Moderatoren, ja, die Moderatoren-Aufgabe in dem Fall und weiß dann das nicht mal. Also hat sie sich vorher nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, was die dort jetzt angeht. Das ist schon ein bisschen kurios, aber gut. ...form gesagt wird und da wird gesagt, ihr Frauen seid da mit gemeint. Na, es ist ja nicht so, dass die, das klingt schon so abwertend. Ich würde das positiv sagen, wenn ich jetzt einfach, weil Sprache neigt ja zur Verknappung. Und wenn ich jetzt sage, Arzt, wie du an der Wortbildung der Arztberuf siehst, der Arztberuf, da kommt doch niemand auf die Idee, dass da Frauen nicht mit gemeint sind, auch. Also das ist ein Funks, das ist eine Funks. Das generische Maskulinum ist nicht diskriminierend, es ist geschlechtsneutral. Fälschlicherweise nehmen alle, die für das Gendern sind, an, dass nur Männer gemeint sind. Aber das ist Unfug, denn es ist eine allgemeine Bezeichnung, die alle einschließt. Ja, habe ich ja auch schon 150.000 Mal hier in meinen Sendungen gesagt, dass keiner auf die Idee kommen würde, wenn du von der wissenschaftlichen Gruppe sprichst. Ja, es hat sich eine wissenschaftliche Gruppe damit auseinandergesetzt, ob die Relativitätstheorie von Albert Einstein auch wirklich so funktioniert, wie Albert Einstein das jetzt vorgegeben hat, nur als Beispiel. Und wenn du dann sagst, die wissenschaftliche Gruppe, da kommt doch keiner da auf die Idee, zu sagen, ja, da sind Frauen jetzt nicht mit einkalkuliert, die in der Wissenschaftlergruppe drin sind, oder eine Gruppe von Wissenschaftlern. Die Wissenschaftler. Warum soll ich denn sagen, die WissenschaftlerInnen? Wer sagt denn, dass Frauen sich dann diskriminiert fühlen, wenn du sagst, die Wissenschaftler? Ja, die Wissenschaft, die Wissenschaftler, sind doch auch Frauen mit gemeint. Es ist ein Mumpitz sondergleichens, also, dass wir uns da überhaupt darüber unterhalten, ist peinlich. Nehmen wir den Arztkittel. Im Arztkittel kann ein Mann und eine Frau stecken. Wenn ich sage, der ÄrztInnenkittel, dann kann da nur eine Frau drinstecken. Das ist dann nicht so schlimm, weil der Kittel sich ähnlich ist. Das geht ja nicht um den Kittel, es geht ja um die Person. Es geht darum, dass Arzt eine Berufsbezeichnung sind und das Geschlecht in dem Moment... Meinen wir immer Männer. Wir sehen immer Männer. Wir sehen nie Frauen. Nein. Es gibt ja... Ja, weil ihr seht Männer, weil ihr Männer sehen wollt. Darum geht's ja. Ja, also, ich verstehe das gar nicht. Kein Mensch hat vorher so gedacht. So, wenn du von dem Arzt sprichst. Außerdem nimmt man ja auch, ich sag jetzt mal, die weibliche Form, nenne ich das jetzt mal, sobald eine Frau doch anwesend ist. Also, angenommen, du bist jetzt beim Arzt, ja, du gehst zum Arzt und dann ist aber eine Ärztin dort. So, ja, natürlich sprichst du sie auch mit Ärztin an oder sagst dann ja, dass es die Ärztin ist. Du sagst ja dann nicht, das ist der Arzt, das ist ja natürlich dann die Ärztin. Genauso wie bei Lehrer und Lehrerin. Entweder hast du einen Lehrer oder eine Lehrerin. Aber du sprichst doch die Lehrerin nicht als Lehrer an, sondern sagst, das ist meine Lehrerin. Versteht ihr? Das hat man doch immer schon so gemacht. Und in der Vergangenheit, wenn du dann gesagt hast, und, wie ist dein Lehrer so? Natürlich wurde dann immer im ersten Moment gefragt, ja, und wie ist dein Lehrer so? So, und dann sagst du, ja, Frau oder Herr, dann in dem, da sag ich jetzt mal, Frau, ja, Frau, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, die ist ganz okay. Oder irgendwie sowas. Ja, da hast du, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Da hat doch keiner jemals gedacht, ah, wenn ich jetzt mit Lehrer meine ich nur Männer, aber keine Frauen mit. Das hat, so hat einfach keiner gedacht. Das hat auch vorher gar keinen interessiert. Der Lehrer, die Lehrerin. Ja, ist doch schön. Wenn es eine Lehrerin ist, haben wir immer schon gesagt, die Lehrerin. Und dann haben wir die Lehrerin nicht als Lehrer bezeichnet. Das war immer schon so. Und dafür brauchen wir keinen Lehrer innen. Oder was weiß ich was. Völlig gaga. Sprachlich die Form Ärztin, so wie es auch die Form Lehrerin gibt. Es gibt nur Menschen, die immer sagen, die Innen in Form sind Wortungetüme. Ich wüsste nicht, dass das Wort Lehrerin oder Ärztin ein Wortungetüm ist. Es lässt sich ganz einfach aussprechen. Und es entspricht auch der Realität. Wir haben ja Ärztinnen, sehr viele, immer mehr. Wir haben auch sehr viele Lehrerinnen. Es gibt Schulen, da gibt es kaum noch in den Grundschulklassen, kaum noch männliche Lehrer. Ja, und da sagt man das ja auch, die Lehrerin, der Lehrer, die Lehrerin, war schon immer so. Bildet ja die Realität ab. Sprache soll doch, und da bist du, wenn du auch Sprache studierst, bist du doch sicher der Meinung, dass Sprache Realität abbilden soll. Ich finde, die Sprache sollte nicht verhunzt werden. Oh, oh, das ist eine Verhunzung, wenn man die weibliche Form mit ausschaut. Wenn ich das Gendersternchen und plus Innen oder die Genderstrich und plus Innen, dann ist das ein reines Schriftgebilde. Und zum Beispiel für Gesetzestexte gibt es die Forderung, dass man sie sprechen können muss. Und was ich da schon an Sachen gelesen habe, Anweisungen, um das Gendersternchen zu sprechen, durch eine Atempause. Also MitarbeiterInnen. Nee, das ist ja geklärt. Es gibt den Glotteschlag. Man sagt, statt MitarbeiterInnen sagt man MitarbeiterInnen. Als ob es ein neues Wort ist. Man kann aber ohne Probleme sagen an alle Mitarbeiter und MitarbeiterInnen oder andersrum. Ich glaube, je selbstverständlicher es wird, desto einfacher geht es über die Lippen. Und wenn du sagst, jede Veränderung des Verhaltens ist unangenehm. Man muss was dazulernen. Man muss sich öffnen. Zum Beispiel, das sagen ja viele Männer, man weiß gar nicht, was man einer Frau noch, darf ich Ihnen noch in den Mantel helfen. Ich bin total verunsichert. Das ist eine Verunsicherung, die in der Sprache genauso stattfindet. Und diese Verunsicherung finde ich prinzipiell prima. Ohne Verunsicherung gibt es überhaupt keine Veränderung. Sonst würden wir nie die gesellschaftliche Realität, dass wir überall jetzt auch Frauen haben und immer mehr Frauen haben. Also gesellschaftliche Verunsicherung findet diese Frau also gut. Also sie findet es also gut, dass die Männer heutzutage nicht mehr wissen, nicht wissen tun sie es schon, aber sich Gedanken darüber machen, was sie bei Frauen überhaupt noch dürfen. Ist es angebracht, einer fremden Frau die Türe aufzuhalten? Ist es angebracht, Frauen in den Mantel zu helfen? Also angenommen als Kellner, es gibt ja auch, ich sag jetzt mal von so Restaurants, auch manchmal Bedienstete dort, Kellner oder sowas, die helfen dann der Frau in den Mantel. So was gibt es in manchen Restaurants, das gehört da zum guten Ton, der Frau den Mantel abzunehmen, ihr später aber auch wieder zu bringen, ja. Und das ist dann so, wo man sich so denkt, ja, ist schon traurig, dass man darüber dann nachdenken muss. Darf ich das überhaupt noch oder werde ich danach wieder als übergriffig empfunden, wenn ich der Frau in den Mantel helfen will? Ja, oder der Frau die Tür aufzuhalten oder keine Ahnung, was es da noch so für gesellschaftliche, kranke Gedanken mittlerweile gibt. Und das hört die Frau einfach gut. Gut, achso, ja dann, gut, dann machen wir das demnächst gar nicht mehr, dann machen wir gar nichts mehr. So, es wird keine Tür mehr aufgehalten, es wird nicht mehr in den Mantel geholfen, gar nichts. Geholfen, wenn der Frau draußen in Not ist? Nö, kann sich ja selber helfen. Ja, Handy zücken, irgendwie die Polizei rufen oder generell mal dahin gehen, um die Situation zu deeskalieren? Nein, die schafft das schon, alles gut. Sprachlich abbilden können, da musst du einfach zurück. Wie findest du denn die Geste einer Frau, weil wir sind ja nun eine Altersklasse, und kommen aus einer Zeit, in der man selbstverständlich der Frau in den Mantel half? Ja, finde ich prima, solange der Mann nicht irritiert ist, wenn ich ihm in den Mantel helfe. Ja, und zu guter Letzt, wo wir schon bei unserem wunderbaren Cancel Culture Thema sind, darf natürlich Harald Schmidt, auch Spitzname Dirty Harry, nicht fehlen. Ja, auch er wird natürlich stets immer attackiert von den Mainstream-Medien, dass er ja ein bestimmtes rechtes Narrativ angeblich unterstützen würde, ja, indem er einfach nur irgendwo fotografiert wird, als Beispiel, ja, und dann irgendein angeblich rechtes Medium druckt es dann ab, und dann ist es ja dann direkt die Kontaktschuld, ja, obwohl er ja so gesehen gar nichts dafür kann, und auch noch andere Dinge mehr. Dadurch, dass Harald Schmidt manche Sachen gar nicht kommentiert, so wie es natürlich dann von der Gesellschaft verlangt wird, ist er gleich nicht mehr kompatibel mit der Meinung, die halt vorherrscht. Das ist auch immer richtig lustig, deswegen schauen wir uns noch zum Abschluss Harald Schmidt an, wie er auch langsam, aber sicher immer mehr vom Mainstream attackiert wird, dass er ja durch seine Sachen, die er ja nicht hundertprozentig klarstellt, wenn es um manche Meinungsfreiheitsdelikte geht, ja, geht man ihn nämlich jetzt auch schon an. Sehr interessant, was Harald Schmidt übrigens auch dazu zu sagen hat, wenn es um das Thema Meinungsfreiheit und Pressefreiheit geht. Mit seiner Late-Night-Show revolutionierte Harald Schmidt die deutsche Fernsehlandschaft. Und zwar ohne sich mit seinem derben, provokativen Humor ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Seine Show wurde 2014 eingestellt, aber Harald Schmidt hat bis heute nicht damit aufgehört, das zu sagen, was er wirklich denkt. Und er macht sich auch nicht selten einen Spaß daraus, genau die Dinge zu sagen, die die Vertreter der linken Medien- und Politikblase besonders schockieren dürften. Wahl-O-Mat-Witze über die Grünen und die AfD auf dem FAZ-Kongress werden bei vielen Schnappatmung ausgelöst haben, aber wohl auch viele andere Interviews und Gespräche, in denen Harald Schmidt Sachverhalte so ausspricht und thematisiert, dass er mittlerweile selbst auch schon mal ganz gern in eine bestimmte Ecke geschoben wird. Aber Harald Schmidt steht zu sich und seinen Ansichten und er lässt sich von nicht zu niemandem vorschreiben, was er wann zu sagen hat, mit wem er sich treffen und mit wem er kommunizieren darf und mit wem nicht. Ja, das ist ja das, was ich gerade angesprochen habe. Also jetzt ist es auch sogar schlimm, wenn man irgendwo ist, wo andere Leute sind, die laut dem Mainstream-Narrativ halt die Schlechten sind. Und wenn dann auch noch einer hinkommt, der ein Foto mit einem machen will, der ja vermeintlich gesehen auf der schlechten Seite steht, dann ist es jetzt auch schon schlimm, weil man hätte das Foto ja ablehnen können. So als Beispiel jetzt, nur um jetzt mal so ein blödes Beispiel zu machen. Also das, mittlerweile sind wir schon so weit. Man darf mit den falschen Leuten kein Foto machen. Man darf sich mit den falschen Leuten noch nicht mal bei öffentlichen Veranstaltungen treffen und dort sich einfach nur unterhalten. Das ist mittlerweile auch schon sehr, sehr fragwürdig und wird also laut der Cancel Culture Mainstream-Meinung, da muss man sofort gecancelt werden. Ich habe hier ein paar von Harald Schmidts Best-of-Aussagen zusammengesucht, die seine linksgerichteten Gesprächspartner sprachlos zurückgelassen haben. Interessanterweise kam die Sprache unter anderem auch auf das Kompakt-Magazin noch bevor dieses verboten worden ist. Und auch dazu hat Harald Schmidts eine ziemlich klare Meinung. Aber starten wir gleich rein. Willkommen bei Amnas. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was ist wichtiger? Wählerwille oder Brandmauer? Darum ging es auf jeden Fall in Gesprächen mit Gregor Gysi. Das ist alles eine sehr, sehr, sehr wackelige Angelegenheit und mit einem Verbot. Ich freue mich, wir haben nächstes Jahr vier Wahlen. Wir haben die Europawahl. Wir haben die Wahl in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen. Uns wird versprochen, die Brandmauer steht. Ich könnte mir vorstellen, dass der TÜV die Brandmauer vorher noch mal checkt oder schon am Wahlabend und sagt, ich sehe da eine kleine Tür, die haben wir gar nicht abgenommen. Da können wir leider keine Genehmigung erteilen. Denn mein Eindruck ist, der Wähler macht heutzutage, was er will. Und so war das doch nicht gedacht beim freien Gleich- und Gemeinwahlrecht, oder? Ja, diese leichten Spitzen von ihm immer. Oder was heißt leichten? Diese cleveren Spitzen von Harald Schmid immer. Die dann eh nur die wenigsten verstehen. Das ist ja das Lustige dabei. Ja, wo kommen wir denn da hin, wenn der Wähler macht, was er will? Das ist schon ganz lustig. Oder auch mit dem TÜV, die bei der Brandmauer abgenommen werden muss. Aber da ist ja noch eine Tür eingebaut. Die haben wir ja vorher gar nicht gesehen. Denn da können wir das jetzt leider nicht freigeben. Machten die Ostdeutschen die AfD bei der Europawahl zur stärksten Partei in den neuen Bundesländern und wählten damit Nazis, wie es Lars Klingbeil von der SPD sagen würde. Lieber Herr Schmidt, gucken die Menschen im Osten keine Nachrichten mehr? Oder was ist da los? Ah, eine große Chance. Aber ich gehöre nicht zu denen, die pauschal von den Menschen im Osten sprechen. Und wenn man Wahlen hat, muss man mit dem Ergebnis umgehen. Es sieht so aus, als ob die beiden Skandale, die gerade beschrieben wurden, überhaupt keinen Einfluss auf das Wahlverhalten gehabt hätten. Das Interessanteste für mich war, die AfD natürlich stärkste Partei im Osten. Aber noch interessanter für mich, auch bei den 16- bis 24-Jährigen, zusammen mit der CDU stärkste Partei. Das heißt, da scheinen doch viele junge Menschen, die von den Grünen enttäuscht waren, sich der AfD zugewendet zu haben. Und das würde mir zum Beispiel eher Grund zum Nachdenken geben. Oder auch, wieso die AfD plötzlich stärker ist als die SPD. Also das ist doch, wir haben ja noch drei aufregende Landtagswahlen im Herbst vor uns. Also da sehe ich noch viel Gehüstel in den Elefantenrunden. Und wen laden wir ein und wen laden wir nicht aus? Und wen zeigen wir nur kurz und wen zeigen wir nur von hinten? Und wen drehen wir den Ton nicht so laut? Also das könnte kompliziert werden. Es sind nun mal freie, gleiche und geheime Wahlen. Punkt. Ja, also das, was er dann natürlich sehr oft auch durch die Blume anspricht, wie er natürlich gerade gesagt hat, und den drehen wir den Ton ein bisschen leiser, den laden wir dann nicht ein oder aus oder wie auch immer. Er zeigt einfach, er beschreibt eigentlich gerade aktuell das, wie es die Öffentlich-Unrechtlichen immer wieder tun. Wir kennen es ja, die Öffentlich-Unrechtlichen laden immer nur die Leute ein, die dem Narrativ dienlich sind und die dem Narrativ passen. Das ist immer schon so gewesen. Da will ich auch noch mal auf die letzten vier Jahre hinweisen, wie ich es ja schon so oft gesagt habe, die üblichen verdächtigen Talkshows, die wir da immer so sahen, es wurden ja auch immer nur dieselben eingeladen, die immer nur das Narrativ stützten. Wirklich heftig kritische Stimmen, die das Narrativ ins Wanken gebracht hätten, wurden einfach nicht eingeladen. Uh, spiele hier darauf an, dass in den Talkshows Politiker bestimmter Parteien und mit bestimmten Ansichten deutlich weniger eingeladen werden als andere und dass das vielleicht nicht so wirklich etwas mit der im Medienstaatsvertrag festgelegten Neutralität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu tun hat? Und wie kann Herr Schmidt hier nur andeuten, dass eine Brandmauer und das Prinzip von freien gleichen Wahlen im Grunde ziemlich paradox sind? Aber es wird noch besser, denn Harald Schmidt hat es vor nicht allzu langer Zeit gewagt, auf ein Sommerfest der gemeingefährlichen Zürcher Weltwoche zu gehen, was einen Aufschrei in der deutschen Medienlandschaft zur Folge gehabt hatte. Aber wie cool und gelassen Herr Schmidt auf die Vorwürfe von Thorsten Sträter reagiert, das sollte man sich definitiv nicht entgehen lassen. Klar, über die Fotos haben wir alle diskutiert und dann haben wir uns alle auch mal versucht, vorsichtig Harald Schmidt ranzutasten und nachzufragen, während die Empörung groß ist. Da ist ja der Maaßen drauf, den ich über die Maaßen auch verabscheue, was mein Privatvergnügen ist. Aber der Punkt eigentlich ist, dass es dazu geführt hat, dass Magazine wie Kompakt, und das ist wirklich Org-Material, gesichert recht extrem, jetzt dich gerade von dir wahrscheinlich unbemerkt als komplette Heldenfigur aufbaut, tatsächlich als den Halsbringer. Also hier, um das kurz nochmal zu erklären, um dieses Foto ging es hier. Also das ist quasi das gewesen. Und das hat dann Wellen geschlagen, weil Hans-Georg Maaßen auf der linken Seite drauf ist und das hat dann dazu geführt, dass sich doch bitte dann der Harald Schmidt äußern sollte in Bezug auf das Foto und wo er da überhaupt eingeladen war, warum er das Foto gemacht hat und so weiter. Darum ging es auf jeden Fall. Es dich gerade von dir wahrscheinlich unbemerkt als komplette Heldenfigur aufbaut, tatsächlich als den Halsbringer, weil du dann gesagt hast, du hast einen Val-O-Mat-Witz gemacht und jetzt warst du auf dem Sommer. Was hat es damit auf sich? Gibt es da irgendwas Kathatisches für mich, womit ich arbeiten kann? Also zum einen, ich bin ja nicht verantwortlich, was über mich geschrieben wird. Ja, wir haben Presse- und Meinungsfreiheit und jeder kann schreiben, was er will. Genau das Gleiche ist mit Wahlergebnissen. Freie, gleiche und geheime Wahl. Wer unzufrieden ist mit Wahlergebnissen, muss man mit dem Wähler reden. So einfach ist es für mich. Ja. Der zweite Punkt ist, dieses wirklich, fast haben wir mich in dieses Foto ein bisschen verliebt in Zürich, denn es ist selten, dass Dinge so generalstabsmäßig aufgehen. Ja, ich gehe zu diesem Sommerfest der Zürcher Weltwoche und denke mir, das gibt bestimmt das eine oder andere Gehüstel, wenn es rauskommt, dass ich auf das Fest gehe. Und dann wird relativ zu Beginn des Festes dieses Foto gemacht und dann denke ich mir, da ist mit Sicherheit einiges geboten, wenn dieses Foto viral geht. Es ging viral und ab dann entzieht es sich eigentlich meiner Kontrolle, weil ich lese Empörung, Skandal, Aufregung und so weiter, aber das ist ja dann nicht mehr in meiner Verantwortung, sondern ich lese eben das, dass es ein Skandal war oder dass es Aufregung gegeben hat und damit ist der Fall aber für mich sozusagen schon abgegeben und ich schreite weiter zu neuen Aktivitäten. Keine Entschuldigung. Ja, und darum geht es. Für uns jetzt völlig unspektakulär und wir sagen jetzt, was daran so schlimm. Ja, es ging darum, weil er auf dem Sommerfest der Zürcher Weltwoche da war. Das ist alles. Ja, sorry. Mehr gibt es da eigentlich nicht und daraus wird dann wieder gestrickt. Ja, Harald Schmidt hätte Kontakte zum rechten Milieu und so weiter. Das ist dann, was da draus gestrickt wird. Ja, Wahnsinn. Wir leben wirklich in einem sehr, sehr guten Land, muss man nochmal hier sagen. Entschuldigungen, kein Beichten, kein sich verbiegen. Tja, weil er sich vielleicht darüber einfach bewusst ist, dass rechte und rechtsextreme Positionen eben nicht ein und dasselbe sind, wie es heutzutage oft ganz gern behauptet wird. Aber Thorsten Sträter spielt hier wirklich den stereotypischen ÖRR-Moderator und lässt nicht locker, worauf Harald Schmidt den Spieß aber einfach umdreht. Fühlst du dich nicht, das soll jetzt keine Wertung sein, aber fühlst du dich nicht irgendwie beschädigt oder instrumentalisiert, wenn man der Auffassung ist, dann schon zu sagen, Harald Schmidt, das ist der Halsbringer der AfD, mit ihm schaffen wir es. Ja, das ist ja die Frage, wird das wörtlich so gesagt? Wo wird das gesagt? Wer sagt das? Dann müsste ich ja im Grunde permanent alles kontrollieren, was im Netz geschrieben wird. Das ist für mich, es ist auch gar nicht in meinem Interesse. Ja, ich lasse ein Foto machen auf einem Fest mitten in Zürich und dann geht's los. Da muss ich sagen, Mission accomplished. Ja, und der Rest ist nicht mehr in meiner, auch gar nicht mehr in meinem Interesse, sondern was dann passiert und allein der Begriff Empörung, das ist ja nur eine Erklärung, mit der ich schon seit zwei Jahren, seit drei Jahren reise, Empörung ist negativer Narzissmus. Das ist gar nicht auf meinen Mist gewachsen. Eine schlaue Philosophin in Frankreich und das ist es ja genau. Was soll Empörung bringen? Was verändert Empörung? Wer sich empören will, kann das machen, aber bewirken tut es nichts. Du hattest mal in einem Interview gesagt, Haltung ist so eine Haltung, kostet nichts. Ja. So, jetzt ist natürlich eine Haltung immer trotzdem schön. Das lässt einen gut dastehen und Empathie kostet in dem Sinne auch nichts. Ist das schon ein Konzept, dass du dir von langer Hand solche Sachen andenkst und ein bisschen Empörung ankalkulierst? Ich freue mich natürlich, wenn es so einfach ist. Ja, also meine Schauspielerausbildung kam mir natürlich gut, dass ich mit dem Weinglas in der Hand möglichst überrascht und entspannt guckte. Ja, so und dass es so einfach ist, ja, dass es ein Handyfoto braucht, um zu sagen, weiß der Verfassungsschutz, dass mitten in Zürich ein 400-Gäste-Sommerfest stattfindet, hat mich dann auch überrascht, aber muss ganz ehrlich sagen, hat mich auch ein bisschen geschmeichelt. Ja, unglaublich, oder? Es ist nur ein Foto, er ist nur zu einem Sommerfest gegangen und schon stricken die Leute im Internet irgendwas daraus, beziehungsweise, ich würde sogar sagen, in erster Linie die Systemmedien. Ja, und das ist alles. Und das ist das. Ein Harald Schmidt wird irgendwo gesehen, macht ein Foto auf einem Sommerfest und direkt stricken Medienvertreter da irgendeine Story draus. Für mich persönlich ist das nicht mehr in Worte zu fassen. Das ist unglaublich. Und genau in so einem Land leben wir ja und wenn man das anspricht, dass wir in so einem Land leben, wo aus allem irgendeine Story gestrickt wird, dann ist man am Ende des Tages wieder der Verschwörungstheoretiker, der darauf quasi zeigt, ja, darauf aufmerksam macht, dass es eben genau so ist. Da bist du wieder der Schwurbler, ja, der ja angeblich Gespenster sehen würde. Verfassungsschutz hin oder her, Harald Schmidt bleibt entspannt und wirkt fast so, als würde er im Auge des Sturmes sitzen, während um ihn herum alle komplett verrückt spielen. Das Witzigste bei der ganzen Sache ist aber wohl, dass es dem Verfassungsschutz sehr wohl zuzutrauen wäre, sich tatsächlich für Harald Schmidts Sommerfestbesuche bei einer rechtskonservativen Zeitung zu interessieren. Weil Abwehr von tatsächlichen Bedrohungen auf die innere Sicherheit und Bekämpfung von Terrorismus ist ja bekanntlich mittlerweile fast genauso wichtig, wie der Kampf gegen Rechts. Vergessen wir die Aufklärung zum Beispiel über die Nordstream-Sprengung. Harald Schmidts Freizeitaktivitäten sollten definitiv Priorität haben. Aber was ist eure Meinung zu Harald Schmidt? Schreibt es gerne in die Kommentare. So sieht es aus genau. Besser hätte man es am Ende nicht sagen können. Ach, wer hat Nordstream 2 gesprengt? Egal. Harald Schmidt ist auf einem Sommerfest eines rechtskonservativen Blattes. Ja, darüber muss man diskutieren. Das ist wichtig. Ja, und dann muss man da seine Storys draus stricken. Ihr habt es jetzt an den drei Fallbeispielen da gesehen. Ja, sobald man es anspricht, sobald man mit dem Finger darauf zeigt, dass wir doch in einem Land leben, wo du dreimal nachdenken solltest, was du sagst, weil du wieder in irgendeine Ecke reingedrückt werden könntest. Ja, in irgendeine Schublade wirst du gesteckt. So ist es halt hier in diesem Land. Und aber wehe, du sprichst es an, dann bist du ja der große, große Schwurbler, der irgendwelche rechte Narrative wiedergibt. Ja, weil das ja laut der Meinung vieler Leute im Mainstream-Rechtspopulismus sei. Das ist das, was immer wieder hier suggeriert wird. Und das finde ich ziemlich witzig, dass keiner sich mal wirklich ernsthaft neutral dieser Sache stellt und sagt, ja, es stimmt schon, eine gewisse, ich nenne es jetzt mal, Besinnungszensur findet auf jeden Fall statt. Entweder du passt dich an oder du kommst mit deiner unliebsamen Meinung gar nicht so weit, dann haben wir dich vorher abgesägt. Bestes Beispiel unter anderem war doch lange Zeit der Nikolai Binner. Er war derjenige, er hat sein Stand-Up-Company gemacht, er hat Dinge angesprochen, gerade aus der wunderbaren C-Zeit in den letzten vier Jahren. Ja, und weil er seine Witze darüber gemacht hat, wurde er schnellstmöglich überall gecancelt. Er durfte nicht mehr zu Nightwash. Er wurde ausgeladen von vielen Veranstaltern oder andere, wenn es da auf irgendwelchen Comedy-Festivals und andere Comedien nicht gekommen haben, dann dem Veranstalter gesagt, wenn der Nikolai Binner da ist, da komme ich nicht. Und da wurde letztendlich Nikolai Binner ausgeladen. So findet es doch die ganze Zeit statt. Ja, und so ist es doch. Oder irgendwelche anderen Leute werden auf Social Media oder auf YouTube geshadowbanned, damit du nicht so große Aufrufzahlen machst. So sieht es nämlich letztendlich aus. Wenn du nicht der Mainstream-Meinung folgst, oder die Meinung des Establishments, um es anders auszudrücken, dann musst du mit den Repressalien leben. Und genau das ist das, was eben unter anderem Dieter Nuhr gesagt hat, oder auch, was unter anderem Harald Schmidt durch die Blume irgendwo andeutet. Ja, das war zu dem Thema. Jetzt seid ihr da draußen wieder gefragt. Glaubst du daran, dass es eine Cancel Culture gibt oder nicht? Oder ist das einfach nur alles Haltloses, Geschwurbel? Schreib es mir gerne unten in die Kommentarfunktion. Die einzelnen Links zu den Videos findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Mach es gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.